Hallo! Was? Wo warst du heute? Entschuldigung! Ja bitte! Ich habe eine kurze Frage zu den Tomaten. Ja ja, Tomates! Ja ja! Ja Kollege, was habe ich die Frage? Ja, aus welchem Land kommen die Tomaten? Was mache ich? Aus welchem Land die Tomaten sind. Warum du fragen welches Land? Bist du Rassist? Nein, nein, bin ich nicht. Ich wollte nur fragen, woher die Tomaten kommen. Ja nee, du wolltest sagen, wenn diese Tomaten kommen aus Pakistan, du da nix kaufen, bist du Rassist oder was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Dann bitte nicht fragen welches Land. Wir Menschen alle gleich, Tomaten auf die Welt alle gleich, Gemuse alle gleich, okay? Habibi, nicht fragen viel. Schon gut, alles gut. Beruhige dich bitte. Abus anta! 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 Ich wette, du kennst diesen Tipp noch nicht, der dich beim Reisen aber mega weiterhilft. Und zwar go! Now here's my scandal, I wanna get you home, and uh, double up, uh, uh, I ain't talking about Playboy, the silicone parts are made for toys, now here's my scandal, woman. I am in Germany, weather, women and politics, because they are such a change, weather, morning sun, morning sun, morning sun, morning sun, morning sun, morning sun, political. Job center says, go work, mama, a match, corona, stay at home. Hi, du hast noch keinen Steuererklärung. Papa? Ja, Mann, Schatz? Kann Mama auch mal mit Verstecken spielen? Ah, Schatz, nein. Vorhin über 34 sucht keiner mehr. Papa? Ja, Mann, Schatz? Kann Mama auch mal mit Verstecken spielen? Ah, Schatz, nein. Vorhin über 34 sucht keiner mehr.